Käseherstellung direkt vor Ort, das ermöglicht die Dienstleistung des Papenburger Käsemachers Thomas Marschall. In einem riesigen Bottich bringt er fast 1000 Liter Milch auf Temperatur, gibt Käsekultur hinzu und später noch Lab. So wird die Masse langsam dick und schließlich mit einer Käsehafe wieder in kleine Bröckchen zerteilt. Ein Drittel der Molke wird nun abgelassen und mit heißem Wasser aufgefüllt, damit sich der Bruch weiter zusammenziehen kann. Einige Zeit später wird der Geschmack intensiver und dann endlich ist es soweit. Die Masse wird in Körbe abgefüllt und teilweise mit Kräutern versetzt. Danach muss die Molke weiter abtropfen. Am nächsten Tag werden die Laibe ins Salzbad gegeben. Anschließend wird in regelmäßigen Abständen Rotschmiere aufgetragen. In den folgenden Wochen geht es vor allem darum, dass der Käse weiter an Geschmack gewinnt. Der Halsbäker Landwirt Frerk Meinen hat dafür einen Reifeschrank eingerichtet. Hier lagern die verschiedenen Käsesorten bis zum Verkauf im Hofladen. Von der Milch der eigenen Kühe können pro Durchgang rund 100 Kilogramm Rohmilchschnittkäse produziert werden. Regionale Produkte direkt vom Erzeuger. Das kommt bei den Kunden gut an. Regionale Produkte direkt vom Erzeuger Bögen 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 Vielen Dank.